Jetzt kommt der neue Das ist die neue Wir sind mal dran neu Bist du? 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 So, Katharinas Luftballons sind immer noch unterwegs hier in Leipzig, man sieht's. Und ja, das Ganze ist, hoppla, das Ganze ist jetzt mehr oder weniger von der Kundgebung zur, ich sag mal, zu einem Event, zu einer, ja, die Leute haben Spaß, die feiern irgendwie viel miteinander und mal gucken, was hier noch so geht. Und das Schöne daran ist, niemand hält mehr Abstand, niemand trägt hier mehr eine Maske. Das ist einfach eine total bunte Truppe, die Polizei steht daneben und kann im Grunde genommen nichts machen, weil die Menschen einfach friedlich sind und einfach weitergehen.